Heute an der Gitarre, sonst an Benjo, am Bruder Tito Hein aus Dillenburg von Hausen. Und er singt uns das nächste Lied nicht. Das ist ein Stück von Jimmy Eames, einem der tiefersehenden Bluegrass-Musiker, die jahrzehntelang bekannt waren. Und er hat uns das Stück mitgegeben, als er es durchgeschrieben hatte 1989 und wir haben es damals aufgenommen und haben es mit ihm ausprobiert, ob es denn auch klingt, ob es klein und heute denke ich, ich bin es auch. Das heißt, my Lord can bring the mountains come later home. Das heißt, my Lord can bring the mountains come later home. My Lord can count the raiding sea. My Lord can bring you in the darkest hour. And let you as you beg, they'll be. Musik I don't like calling, silence in the days of old. And when I say I, sing in the days of old. Maybe you've heard I wanna hear their sins. Amen. 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 Amen.